Hey, wie ist das? Weiß ich nicht. Frag mich nicht. Hä? BTF, ich hab noch weit Lust. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Together Giga, das Projekt mit Megakiller LP, meinem Teampartner. Genau. Und ja, wir haben hier schon angefangen das Haus zu bauen und der erste ist auch schon draußen aus dem Projekt. Und zwar, ja, Entschuldigung. Warte, warte mal ganz kurz. Lass die Aufnahme machen. So, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, der Trailer, das war der Trailer von der Map, die wir eigentlich machen wollten, aber es hat sich etwas geändert. Und es sind auch welche aus dem Projekt rausgeflogen, wollte Killer gerade sagen. Und ja, wir haben hier schon ein bisschen gebaut, weil wir haben versucht, mehrere Aufnahmen zu starten, hat dann aber irgendwas immer nicht geklappt, beziehungsweise irgendjemand hat gestört und jetzt können wir endlich zusammen aufnehmen. Ja, mehrere haben schon gestellt. Ja. Einmal meine Cousine, dann noch irgendwas mit, er spielt, Senna. Ja, sein Cousin. Äh, sein, sein Bruder. Nein. Das ist ja, glaube ich, seine Schwester, oder? Nee, das ist wirklich sein Bruder. Achso, stimmt, ja. Deswegen, ich dachte auch, wie ich das erste Mal gehört habe, dass es ein Mädchen war. Ja. Ich so, äh, was ist das jetzt, ist das jetzt, äh, er, dein Bruder, oder deine Schwester? Nee, nee, mein Bruder. Ja. Hat ja auch sein Mädchen geklingen. Ja. Wenn jetzt regnet es, das ist halt super. Du bist doch Altman, kannst du fliegen? Ähm, hätte ich mich OP gemacht, schon. Wollten wir nicht eigentlich auf der Map spielen, die du da im Trailer hattest? Achso, ja, ähm, die muss ich aber erst noch machen, du musst erst noch nachsehen, wie ich das mache. Also, da beginnt dann das Projekt erst richtig, oder wie? Ja. Okay. Also, Playmaster ist ja schon draußen, haben wir schon, ähm, am Anfang gesagt, oder? Ja. Okay, ja, ähm. Die Gründe sind halt auch persönliche da dran. So ein bisschen doch persönliche Gründe dran, warum das hier draußen ist. Kann ich das auch sagen, oder sollte ich lieber für mich beurteilen? Ja, wenn er dich beleidigt. Ja. Ähm, ja, er hat das Projekt kaputt machen wollte. Ja, das stimmt, er wollte auch das Projekt zerstören. Ja. So ein bisschen umragen und alles zerstören und dies, das. Nee. Das wäre nicht gut gewesen. Wäre das ganze Projekt im Arsch gewesen. Ja. Ja. Ja, aber egal. Ja, und zwar werden wir jetzt auch öfters so, ähm, also bei dieser Aufnahme werden wir dann nur so jetzt noch miteinander reden. Also, ohne die anderen, da haben wir Teams gemacht. Ja. Sieht ihr auch nochmal im Update 1 Video. Ich bin mal im Zweierteam. Ja. Die Teams könnte auch noch mal die einzelnen Skins in der Pfandmeer sehen. Ja. Und wir sind mal alle zusammen. Hast du die schon bekommen? Ähm, ja, aber ich glaube, wir würden sowieso nochmal ein neues machen. Achso. Wegen den anderen. Okay. Okay. Aber egal. Da könnte man sich nochmal an, äh, links benutzen, oder? Weil, ähm... Ja, spielt. Ja, spielt. Ja. Ja. Da würde ich jetzt hier mal unten ein bisschen, ähm, ein paar Steine fahren, also, was heißt fahren? Ablaufen. Oh Gott. Warte mal. Jo. Ich glaube mal ganz kurz die Aufnahmen, mach nochmal weiter gleich. Okay. So, äh, wir machen jetzt erstmal, also, erstmal so, ups, ah, erstmal so als Information für euch, Humanity Shower, ähm, ähm, das Projektwut sollte eigentlich erst anders stattfinden, aber wir machen es jetzt erstmal so, wir haben jetzt einen Nitralo-Server und werden da drauf, äh, dieses Giga-Projekt machen und das wäre mein erstes Projekt, also, äh, ich habe ja davor noch nie was mit Minecraft gemacht, aber das habe ich alles im Infovideo erzählt und, äh, ja. Und ja, ähm, ich bin auch wieder hart gerade eben... Ja, weil ich gehört, deswegen habe ich gerade die Fresserei schon. Ja, ähm... Ja, schön, das ist ja einfach mal ein bisschen... Achso, ich wollte ja ein paar Steine bauen. Für den Ofen. Ja, und, äh... Mein komplettes Team ist rausgeflogen. Das ist jetzt auch wieder eine Sache. Ja. Dafür haben wir jetzt schon eine Lust... Ein... Lust. Ein Verlust. Scheiße. An Let's Player. Oh Gott, das ist jetzt mal ein bisschen... dumm. Ach, nö. Ne, nur so ein bisschen... viel. Ne, ne, ist alles in Ordnung, war... lustig. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wir sind ja keine Maschinen, ne? Wir machen auch mal Fehler. Kann man ja auch mal verreden. Das ist bei mir Tagesordnung. So, hier dann... Ach, ja. Also, jetzt versuche ich nochmal, den Satz richtig in Ordnung zu bringen. Also, ja, wir haben dann schon einen großen Verlust an Let's Player gehabt. Und, ähm... Die Anmeldung ist ja auch schon abgelaufen, die Zeit. Ja, die Anmeldezeit ist schon vorbei. Ja, für das Projekt. Jetzt haben sich schon einige beworben, finde ich, das Projekt. Schade, ich hätte die Eigenschaften auch annehmen sollen. Hä, wie ist das? Weiß nicht. Frag mich nicht. Hä? WTF, ich hab doch White List. Was ist ne White List? White List ist, ähm... Wenn man nur draufkommt. Ach so. Wenn man, äh... Was macht der da? WTF, hä ist das? Ich schätze mal, dass ein gewisser Jemand... Ja, wow. Haha, lustig. Ich schätze mal, dass ein gewisser Jemand, äh... Vielleicht die, die dieses Projekt machen wollten, äh... Kaputt machen wollten, die IP vielleicht weitergesagt haben? Ich hab doch die White List. Wie, gerade will mich wohl verarschen, oder? Ja, keine Ahnung, wo es da falsch ist. Ja, woher hattet ihr IP jetzt? Alter. Warte mal. Mach du mal weiter mit der Aufnahme und... Ja, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Ist alles noch ein bisschen chaotisch, Leute. Ähm... Wie gesagt, das erste fette Let's Play Tokyo War. Und für mich natürlich auch das allererste überhaupt. Und, ähm... Im Infovideo habt ihr eben halt, äh, gehört von mir selber jetzt, ähm... Dass ich mir, dass ich, äh... Ja, mir Minecraft gekauft habe. Und wie und welche Gründe das hatte. Und bla bla bla, hab ich alles da erklärt. Aber ich kann's auch nochmal gerne hier sagen. Und zwar, ähm... Hab ich, ja, immer Minecraft Pocket Edition Let's Played. Und hab dann auch mal online gemacht. Also Minecraft Pocket Edition Multiplayer. Hä, wer schießt mich denn hier ab? Oh leula, sind ja welche. Ähm... Und hab das gemacht. Hä? Achso, weil ich kein Essen hab. Scheiße. Ja, ähm... Wer ist jetzt überhaupt der Tony, Jack? Keine Ahnung, ich hab kein Essen und sterbe. Fuck. Tut mir leid, ich muss den bannen. Ja, mach das. Oh, jetzt haben wir auch nie. Wann hält denn denn der Scheißring auf, ey? Das ist so nervig. Ähm, komm. Äh, ich sterb einfach mal hier, Leute. Das ist... Dann hab ich wieder volles Essen und, äh... Ja, was labert der eigentlich für Müll? Wir wissen ja nicht mal, wie der ist. Keine Ahnung. So, ich bin jetzt mal tot. So, und jetzt geh ich hier zurück und hol mal zurück. So, weil hier sind alle Tiere schon tot. Ein gewisser... Und ich weiß nicht... Nur jemand, er spielt, hat schon ziemlich viel gefarmt. Und hat... Okay, man... ...eisenrüstung und... ...die ist das. Könnte alles bei Ihnen sehen. Und ich hab ihn wieder. Uh, cool. Ich weiß, wer das ist. Wer denn? Playmaster. Achso, siehste. hast du einen hund ja der hechelt gerade sind die steine hin also ich nehme den nicht auf wenn er nachher raus geht war nicht stehen schon ein bisschen merkwürdig gruselig nein nein ich meine dass man hund herrscht also die sage ich ihm nicht die sagen bitte auch die muss doch wissen wenn 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 der hier drauf ist oder wie das kann ja nun aber als verstehe ich nicht ich hatte die white list das heißt die master kommt immer noch drauf scheiß okay zehn minuten okay es ist also wir müssen jetzt aufpassen und ich muss jetzt mein hund noch auf der anhalten ja noch weiter ja ich muss halt jetzt überlegen was ich mache das playmaster nicht mehr auf den server kommen kann also der anfang ist doch so ein bisschen chaotisch also weil das mal so ein bisschen ein fuchsen muss und so hat er nicht so geklappt wie wir es eigentlich wollten aber er wollte sogar haben ich habe das schon ein paar mal ein bisschen erklären dem was das dass wir pvp also dass wir teams machen und das zwischen nichts daran ändere weil wir sind ja okay ja weil wir es ja das abgestimmt haben und zwar mit mehrheit dass wir zwei gruppen machen sollen ja er wollte er wollte sagen nein ich zwinge die leute dazu dass wir es machen müssten ich will damit ok höre ich ja gar nicht auf wenn der jetzt unser server lang legen will dass er das sehr ganz ganz cooler oh gott nee was der schon fans gehen hat höchste schwul schnell noch einmal klicken noch einmal klicken ich schlaf ihn einfach mal so runter guck mal ist alles eingebaut hallo 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 oh gott wie schwul hallo jetzt baut er sich nach unten was ist das für hobby los der kommt da unten raus da unten ist das für hobby loser weiß nicht also es scheint keine freunde oder also wir müssen auf jeden fall mal öfter zusammenarbeiten ehğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğv heheh by ї gönn dünn dünn da wo m-sagt ahόååååååå cuma leute auf meinen server drauf kommt für den ich 30 euro bezahlt habe nur ja also ich mache noch mal ganz kurz wenn ich alles aus und starte gleich noch mal an die aufnahme ja die ist gerade bei 30 minuten also können gleich den parkern lol der hat mein schwert der hat mit schwert der scheiß zombie gibt es her okay ich bin gestoppt ja guck mal leute damit machen wir ein platz jetzt hier mit sami das ist abo style art hier da der regner macht die fps so kaputt alter was ist das für ein idiot warum leute hat eisen getroppt bringt er mich einfach um der kleine vollidiot wo hat er meine sache ich bin auch gespannt den ich bin den macht die ich was gleichzeitig sogar noch ja da war einer ich an der idiot immer noch da gespannt denn jetzt kommt schon junge oku bei der vollkassiert oh jeder dass er mit a geöffnet wenn der arbeit ist mir gerade aufgefallen junge hör von einem haus auf unserem haus um zu bauen not ein hund junge bau der einfach mal so an unserem haus der richtung zu außen so jetzt so okay also damit ich habe schön gemacht oh gott kann der gut deutsch ich habe schön das ist ja ein top deutsch oh gott da steht auf unserem dach der will uns lagen wir sind wir sind jetzt bei 15 minuten schlag dem jetzt rennt er weg ich bin jetzt gerade ist man wahrscheinlich bei zehn minuten weil ich ja fünf minuten ausgemacht habe ich schlag der mini zombie wann ist in der regel die schlag die mini zombie ich schlag ihn oh gott oh gott das kann knapp werden das kann knapp werden nein lass mich ruhig ja so heißt er der erste part okay ein fremder mensch offen zu haben auch machen jetzt ist es wieder da man das ist mein zehn let's player projekte deshalb 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 geh was wollt ihr ey was wir sind der alter was wollt ihr ich kaufe meinen server die ist hier auf unser schirm an die trofe ich glaube auf ja oh lol ja endlich die wache tut weh der wahrsten sinn des wortes bestimmt sind zu hause und weint ja wir sind vor 18 minuten ok ja ich muss gleich neu aufgeben ok ja und das war es dann mit dieser aufnahme und bis zum nächsten mal zum nächsten let's play also das war es jetzt bei mir du hast du noch weiter ähm dead space fan ne ich mach gleich noch ich mach gleich noch ein let's play und du ja ich muss noch das infovideo fertig machen ok ja und ähm das war es dann bei mir äh abonnieren nicht vergessen also am besten abonniert uns beide und wenn euch das projekt gefallen hat lässt like da auch wenn es jetzt ein bisschen chaotisch war aber es ist regelt sich noch alles es war jetzt nur der anfang so es war der anfang eines großen projektes genau ja und wenn abonniert auch mal den abonniert hin der space fährt 8 immer nach denen ist dass ich die fan oder so sage und die fälle ist also mein spitzname und das besser nach zu meinen voller name aber die fände ist kürzer deswegen die fände nach zehn minuten und ja ich habe ich ja wir haben ja eigentlich auch so abgemacht hast du dass der selbe der abmoderation macht aber jetzt habe ich ja dann bleibt auf jeden fall necromov fantastisch und bis zum nächsten mal haut rein tschau so das war die erste aufnahme von den neuen projekten ja ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst einen like da ist noch mit einem mikrofon aufgenommen wie ihr hören könnt und ja ich habe es hat trotzdem gefallen fünf folgen beziehungsweise vier folgen folge folgen noch und ja das war es dann erstmal bis dahinter tschau